Die Gesellschaft und vor allem die Technik entwickeln sich immer schneller. Da kommt mancher kaum noch mit. Das öffnet natürlich Betrügern und Kriminellen Tür und Tor. Mussten sie vor einigen Jahrzehnten noch richtig einbrechen, reichen heutzutage SMS, E-Mail oder ähnliches, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Umso wichtiger ist die Information der Bürger, wie sie sich schützen können. Haben Sie auch schon mal eine solche SMS bekommen? Das ist noch eine der harmlosen Methoden, die Trickbetrüger anwenden. Es gibt noch den Enkeltrick, Schockanrufe und vieles, vieles mehr. Vor allem auf ältere Menschen hat man es abgesehen. Viele der heute über 70-Jährigen sind in, wie es so schön heißt, geordneten Verhältnissen aufgewachsen, tun sich schwer mit der heutigen Skrupellosigkeit. Natürlich gibt es umfangreiche Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten, doch die muss man auch kennen. Vor allem in der vorbeugenden Information sieht die Stadt Zwickau hier eine wichtige Aufgabe. Ja, natürlich. Wir beschäftigen uns ja auch mit Prävention in der Stadt Zwickau. Wir haben eine eigene kommunale Präventionsstabstelle. Wir arbeiten sehr eng zusammen in Arbeitsgruppen, gemeinsam mit den Behörden wie der Polizei, aber auch Opferschutzverbänden, um eben für die verschiedenen Bereiche der Kriminalität Unterstützung zu geben. Wir wollen natürlich versuchen, dass die Stadt Zwickau sicher ist. Und die Statistik hat das an sich gezeigt, aber es gibt eben immer was zu tun. Aktuelle Informationen wie zum Informationstag für mehr Sicherheit sind dabei wichtig. Vor allem im Bereich der Internetkriminalität, denn immer mehr Aktionen laufen direkt über das Smartphone bis hin zum Bezahlen per App und Bankgeschäften per Online-Banking. Aber auch in Unternehmen oder im öffentlichen Dienst geht heutzutage kaum noch was ohne eine umfassende Vernetzung. Die Bedrohung durch Hacker beispielsweise, die ist latent immer da. Dafür müssen sich alle Organisationen, egal ob Unternehmen oder auch öffentliche Einrichtungen, wappnen. Das macht natürlich auch die Stadtverwaltung Zwickau. Wir haben einen eigenen IT-Bereich und auch da wird immer wieder überarbeitet, was muss aktualisiert werden, um nach Möglichkeit eben nicht lahmgelegt zu werden. Vor allem muss ein eigentlich uralter Satz immer präsent sein. Der Computerfehler sitzt im Allgemeinen 50 bis 70 Zentimeter vor dem Monitor. Auch in großen Unternehmen sind es oft Fehler von Mitarbeitern, die den Kriminellen erst den Zugang in das System ermöglichen. Das gilt natürlich auch für Privatpersonen und zwar auf allen Gebieten. Ja, also nicht nur für den Bereich Internetkriminalität, sondern wir haben ja heute hier auch nochmal den Teil der Trickbetrüger, die ja, man kann es täglich in der Zeitung lesen, ihr Unwesen treiben. Und ich glaube, dass dort einfach eine gesunde Skepsis notwendig ist, dass man bei Nachrichten, die man erhält, vielleicht doch hinterfragt und den angeblichen Absender doch mal anruft und klärt, bist du das jetzt wirklich, der mir schreibt? Und das ist auch im Internet so, dass man Nachrichten, die man einfach, wo man den Absender nicht kennt oder was einem komisch vorkommt, dann lieber mal vorsichtig ist, auch was das Öffnen solcher Nachrichten angeht. In der Regel ist es so, Dinge, die wichtig sind, die finden dann auch den Weg. Und von daher sollte man einfach aufpassen. Und vor allem nicht gleich in Panik geraten, sondern tief durchatmen und überlegen, ob denn das wirklich real sein kann. Informieren kann man sich vielfältig, denn auch die Stadt Zwickau wird ihre schon traditionellen Informationstage zur Prävention fortsetzen. Wir haben es ja im letzten Jahr auch schon getan und wir setzen ja auch noch andere Schwerpunkte. Beispielsweise hatten wir letztes Jahr auch den Tag der Fahrradsicherheit und auch das, was wir hier organisieren, Seniorensicherheitstag gab es letztes Jahr. Und wir werden sicherlich auch weiterhin Fachtage für Sicherheit anbieten. Es liegt also an jedem selbst, ob man sich informieren will. Kapazitäten sind jedenfalls vorhanden. Und um auf die SMS vom Anfang zurückzukommen, geben Sie die blau hinterlegte Nummer einfach bei einer Suchmaschine ein und Sie werden erstaunt sein, wie viele Mamas und Papas diesen Hilferuf schon bekommen haben. Also ab damit in den Ordner P, also die sogenannte große Rundablage. Das ist das Sicherste.